so passen jetzt habe ich ein bisschen eine andere verrückte die paske ein bisschen von der farbe zu mir das ist eine lange locken perücke und ich sehe daran klasse aus wie immer ich bin ja auch ein süßer einfach mal so und ich glaube ich befeiere ich sowieso wie immer und ich werde jetzt auch gleich noch mal vorgehen gucken das drüben aussieht wir wissen ja ich denke mal es wird super aussehen ganz klasse und super aussehen sonst gibt es gar nichts schöneres als mich in vornkleidern gibt nichts schöneres als mich in vornkleidern passt natürlich absolut zu mir das ist auch so meine aktuelle haarfarbe ich finde mich toll ich sehe auch toll aus schön davor so ist es da ist noch mal eure Britta zurück von drüben mit der tollen Kante Perücke so Das ist so schön. Was ist es? Was ist es? So, ihr Süßen, hier ist die Britta in einer mittelblonden oder dunkelblonden Perücke. Natürlich von unserer Kathi, das ist klar, das sind alles Kathi-Perücken, die hier kommen. Wie macht die ganzen Perücken? Man macht mich verrückt damit. Wie in meiner ganzen Perücke. Und ich sehe hier gut aus. Steht mir, ich bin da ein klasse Vibe. Das ist ordentlich toll. Ich sehe hier gut aus. 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 Das war's für heute. Ich bin der Dörf. Vielen Dank.